Okay, ich sage Springer. Mal gucken, wie das klappt. Das ist witzig, weil... Okay, also ich sage... Springer. Denk an die goldenen Regeln, ne? Alle Figuren mitspielen lassen. Pass auf, ich sage... Ja, mach, mach. Springer. Ja. Chat, ich habe natürlich jetzt Angst vor dem hier. Weil ich sage dann natürlich sowas hier. Aber ich weiß nicht, ob er das dann checkt. Gucken wir mal. Okay, Läufer. Stafford ging nicht, weil er hat Springer C6 gemacht. Und Blackburn Gambit. Ne, so ein Rotz spielen wir nicht. Oder ich nicht. König bedeutet natürlich genau... Du machst schon, bevor ich was sage. Entschuldigung. Macht nix. War jetzt logisch für mich, nachdem du gesagt hast, Springer und Läufer. Sehr gut. Jetzt mach mal Bauer. Ja. Ein Klassiker auf dem Brett. Italienisch, genau. Symmetrie Deluxe. Ich bin gespannt, wie das ausgeht, Chat. Haben wir eine Chance? Ihr werdet nachher eine Prediction machen müssen, ne? Moderatoren. Seid ihr am Pennen eigentlich? Wofür habe ich euch eigentlich? Äh, zwei hat den gemacht. Nur für die Mods hier. Das hier. Ähm, ich sage, Bauer. Bauer. Oh. Ähm, egal. Warte, warte. Ich sage, Bauer. Bauer. Nein, warte, warte, warte. Warte, nicht so schnell. Ein Springer? Ne, Springer nicht. Nein, nein. Ähm. Ja, ich sage trotzdem Bauer. Bauer. Wenn er den Springer schlägt, sage ich Dame. Okay, Moment. Ich bin ja dran. Ähm. Ja, ich sage Bauer. Jetzt bin ich gespannt. Stark. So will ich den Wikinger sehen. Mit Unterstützung. So. Ja, trotzdem. Schön nach vorne. Bam. So, jetzt stehen wir doch super hier. Jetzt machen wir erstmal Läufer. Denkt dran, goldene Regeln, ne? Goldene Regelnummer. Mit den Bauern das Zentrum besetzen, König in Sicherheit bringen. Das haben wir jetzt mehr oder weniger schon geschafft. Ähm, dritte goldene Regel. Äh, Bauer jetzt natürlich. Genau. Äh, dritte goldene Regel. Leichtfiguren ins Spiel bringen. Ja, jetzt haben wir die Eröffnung mehr oder weniger durch. Wir haben zwölf Züge. Und das lief jetzt alles sehr vernünftig. Und, ähm, ja. Jetzt können wir uns dem Mittelspiel widmen. Und dann sage ich erstmal... Dame. Dame. Hm. Na ja, umgekehrt geht nicht The Links. Weil, also technisch ist das gerade nicht so möglich. Weil ich streame ja und zeige das ja ganz sehr auch. Umgekehrt wäre natürlich auch lustig. Läufer. Ja. Äh, technisch ist umgekehrt schwierig. Diffuse. Ist technisch gerade nicht so einfach. Weil ich streame. Und der meine Partie nicht so richtig verfolgen kann. Er ist ja neu auf Lead Jazz. So ist es einfacher. Weil ich sehe die Partie. Ich zeige die Partie. Und kann ihm mal ganz genau sagen. Und er sieht das bei sich zu Hause. Seine Partie auf seinem Account. Wäre zu umständlich. Tja, das ist jetzt schwer. Naja. Nicht vergessen Läufern, ne? Ja, sicher. Ja, aber... Ja, super. Wir sind voll im Game. Tobias. Aber sowas von. Den haben wir. Den Phoenix Mobi. Paulana Bier. Was? Paulana Bier ist lecker. Ähm, ja. Schon regelmäßig, ne? Aber der Plan ist so, alle ein bis zwei Wochen ein Video zu machen. Läufer Diff hier war nicht besser. Hätte er schlagen können. Ähm, ja. Macht er jetzt den. Ich sag mal... Ja, komm. Springer. Springer. Tactical Joe, mein Lieber. Zehnter Monat. Dafür gibt's den hier. Und weil sich das überlappt hat, kriegst du eine Nummer. Läufer. Oh, Läufer. Läufer. Ah, da gesehen. Nice. Jetzt machen wir mal Springer. Springer. Ja, ja, das ist der Typ da, äh, mit dem... Ja, ja, aber... Das Pferdchen. Wenn ich den bewege... Ja, überleg mal genau, wo du den hinbewegen kannst. Wo ich ihn hinhaben möchte. Genau. Da möchte ich ihn hin. Warum, Chad? Weil ich da hin möchte. Hier. Juicy Square for the Night. Ladies. Ähm. Machen wir mal... Dame. Dame. Oh, ja, ja. Die wäre gut, wenn ich hierhin komme. Immer gucken, äh, der letzte Zug vom Gegner. Ähm, ob der irgendwas droht, ne? Warte, ist das nicht? Ja, ist das nicht? Immer, 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 wenn der Gegner einen Zug macht, immer gucken, ob der was droht, halt, ne? Ja, ist jetzt der Bauer in Gefahr? Ja, er hat ja schon einen Bauern geschlagen, ne? Er hat ja jetzt einen Bauern geschlagen, äh, und ist noch einer in Gefahr. Und jetzt muss ich gucken, was ich dir jetzt... Ah, ich hätte die Dame da hinsetzen sollen. Ja, genau. Deswegen hatte ich Dame gesagt. Ähm, hm. Das ist jetzt gar nicht so leicht. Ich sag Dame. Dame. Ja, das ist jetzt schwer. Eigentlich nicht. So wahnsinnig viele Optionen hast du nicht mit der Dame. Und man muss auch verteidigen im Schach. Ah, auch gut. Genau. Ne, Dame B6 ist schlecht. Chat. Ach so, dann hätten wir hier angegriffen. Mit der Idee. Ja, stimmt. Ähm, Dame. Springer-Schlechtläufer bringt nicht viel. Er kann ja zurückschlagen einfach. Und dann kommt sein Springer hier rein. Habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte den Springer eigentlich hier haben die ganze Zeit. Jetzt würde ich eigentlich sowas spielen. Und natürlich alles hier, ne? König kann da hin. Der Bauer hier. Ist egal. Ähm. König. Kann man einfach schlagen. Den hätte er. Das war nicht. Ja. Das war egal, was er gemacht hat. Wand Schach. Haben wir aber abgewehrt durch Schlagen. So, jetzt muss man hier. Das ist spannend. Wir sind gut dabei. Wir haben eine Qualität mehr. Aber dafür hat er einen Bauern. Qualität heißt der Unterschied zwischen Turm und Läufer oder Springer. Wir haben halt einen Turm und der hat einen Läufer. Das ist ein bisschen mehr wert für uns. Aber die Partie ist trotzdem spannend, weil wir haben noch einen Bauern abgegeben. Das ist kein großer Unterschied materiell. Wie viel spiele ich pro Tag? Wird gefragt. Das kann man eigentlich sehr gut sehen. Ich sag mal Turm. Das kann man eigentlich sehr gut sehen, wenn man auf meinen Account geht. Da sieht man eigentlich ziemlich direkt, wie viel ich spiele. Außer, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sichtbar ist für alle. Chat. Ist das eigentlich sichtbar für alle, wenn man auf meinen Account geht, wie viel ich spiele? Oder sehen das nur Leute, die mir folgen oder Freunde? Ich weiß es gar nicht. Turm. Ja. Ja, ist sichtbar. Das heißt, ihr könnt das sehen, wie viel ich spiele pro Tag. Wirst du eigentlich auf die Idee gekommen, so über Schach so Videos zu machen? Das ist ja auch nicht so ganz typisch. Naja, ich... Turm wieder. Naja, ich... Kleiner Tipp. Türme musst du versuchen, so hinzustellen, dass sie möglichst viel Einfluss ausüben. Ja? Okay, hätte ich auf F8 gehen sollen, ja? Ja, schauen wir gleich. Aber das ist jetzt so der Hinweis. Türme brauchen Platz, weil sie ja als fernwirkende Figuren, das sind so eine Art Kanonen halt, ne? Wenn du die hinter so einer Mauer versteckst, dann können die nichts ausrichten. Fuck. Alles gut. Ich hätte gewinnen können. Äh, wie denn? Nee, noch nicht. Springer. Scheiße. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Turm. Ich sag Turm. Nicht Springer. Turm. Wie oft trainiere ich Eröffnungen? Immer mal wieder. Insbesondere eigentlich, wenn ich für Videos was mache, für Patreon. Oder so, ne? Oder wenn ich irgendwelche Bücher mal wieder eingebe, neue Bücher mit neuen Varianten. Läufer F7? Geht nicht. F7 ist das Feld hier. Kilua, das ist F7. Turm. Paulana Spezel oder Paulana Bier? Ich glaube, das müssen wir eher Ronson fragen, nicht mich. Ich trinke kein Bier. Ich trinke Meht. Meht trinke. Wenig überraschend, würde ich sagen. In der Schweiz gibt es auch kein gutes Bier. Das wollte ich dazu sagen. Also, ich vermisse schon das deutsche Bier hier. Aber, ja, Meht ist natürlich... Vox Populär. Ja, ja. Kauli habe ich gelesen. Vox Populär entschieden. Sebi, wie oft würdest du mich eigentlich noch fragen, ob ich Nikita Meshkovs kenne? Ich habe dir auch schon darauf geantwortet. Ja, ich kenne ihn. So, und jetzt? Ja, ich muss was sagen, ne? Ähm... Ich sage mal... Ich sage mal... Dame. Ja. Lady in Black ist am Start. Nice. König. Mhm. Habe ich... Ich habe gar nicht geantwortet, ne? Wegen den Videos, ne? Ähm, ja, wie bin ich trotzdem gekommen? Ich bin ja in der Schachszene seit Ewigkeiten unterwegs. Und dementsprechend lag das schon sehr nah. Ähm... Und ein Kumpel hat mich gefragt, ob wir das nicht machen wollen. Lass uns doch mal einen Schachkanal machen. Das war 2019. Na, so ist das peu a peu entstanden. Was machen wir jetzt hier? Mal gucken. Kurz gucken. Mach mal Tour. Oh. Ja. Und so ist dann entstanden. Und dann während der Pandemie hat es das Ganze verselbstständigt. Ist mal größer geworden. Und, äh... Ja, jetzt bin ich da, wo ich bin, ne? Du warst ja schon vor der Pandemie größer, ne? Also ich... Nee, nee, nee. Nein. Da hatte ich so 2000, 3000 Abonnenten vor der Pandemie. Also innerhalb eines Jahres jetzt ungefähr 90.000... Über 90.000 Abonnenten dazu geworden. Also, wie gesagt, ich bin ja auf dich gekommen, da hat KuchenTV mal ein Video gemacht, wen er alles abonniert hat. Ah! Da warst du bei und dann bin ich auf dem Kanal. Da war ich gesagt, Alter, wie geil ist denn das? Mal wieder was über Schachs und das ist... Mag ich sehr gern so was. Turm. Turm. Erstmal. Hier. Ganz wichtig. Turm. Yes. Phönix Mobi. Wir haben dich. Surfchest. Du hast jedes Video von mir gesehen. Krass. Krass. Hier. Das ist mein Dank dafür. Springer, oder? Springer, Springer. Mach mal Springer. Nee, mach mal Turm. Mach mal Turm. Nicht Springer. Turm. 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 Ja. Bisschen guter, weil du KuchenTV schaust, sagt, äh, wer? Äh, Max Leo. Äh, Max Leo. Ha, ha, ha. Den schaue ich aber erst, so seid ihr die Videos im neuen Stil macht. Also früher war er nicht vor der Kamera, da habe ich nicht so oft geschaut. Ja. Ähm, Turm. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich Händen Bray mit Ronson KR gegen Phönix Mobi, ich glaube, dass Phönix Mobi ist auch ein Subscriber, ne? Äh, machen wir jetzt mal Turm. Schwer. Oh. Turm. Ähm, König. König. Ja. Die Fuse Passivale fragen wir gleich mal. Das jetzt so schlau ist, ja doch. Ich würde sagen, Bauer, aber was sagst du? Nee, 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 nee. König. König. Ja. Aha. Kleiner Tipp, du, deine Türme, die Türme brauchen Platz. Ja. Brauchen Platz. Aber ich verliere dann einen Bauern, ne? Ja, der Bauer, äh, Bauer kannst du, den verlieren wir sowieso jetzt, so wie, so wie es steht. Vor allen Dingen droht er den Turm zu gewinnen, äh, weil die Türme so komisch stehen jetzt. Die brauchen Platz. Turm. Turm. Ja. Nochmal, die Türme brauchen Platz. Ja. Ich kann nicht. So. Ja. Beim Schach geht es nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Ähm. König. 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 König König Ja, nee, ja Okay, ich sag mal nix König Turm Schöne Karussellrunde war das jetzt, ne? Mhm Hat mich ein bisschen verwirrt Nochmal, deine Türme müssen ziehen können Die brauchen Platz Turm Ah, Turm Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute Okay, er hat 2,36 Gucken wir mal, was Der letzte Zug des Gegners macht Turm Zieht der da oben den Bauern Ah, nee Ja, es ist immer noch gut für uns Jetzt Turm Versuch jetzt die Türme aktiv einzusetzen Immer was angreifen König Oh, fuck War zu schnell Ja, ja Macht nix Immer noch ein Turm mehr Aber wir müssen aber langsam aufpassen Dass er nicht zu viele Bauern bekommt Ähm Die Türme brauchen Platz Und die Türme wollen was angreifen Turm König Turm So, wir haben eine Minute Das ist alles gut Wir haben auch noch einen Turm mehr Er hat 3 Bauern für den Turm Das ist eigentlich zu wenig Äh, Bauer Turm Turm Turm? Ja Okay Völlig überrascht Bauer Ja, kann man Der John 88 Leechis ist komplett kostenlos Und immer drauf achten Beim letzten Zug vom Gegner Ob Was sich verändert so ein bisschen Ob er irgendwas angreift Paulana Bier ist lecker Ich hab keine Mitgliedschaft Bei YouTube Biete ich nicht an Turm, oder? Warte, warte Ja, mach mal Turm Mach mal Turm Am meisten bekomme ich Übrigens bei Patreon Da bekommt ihr auch übrigens Sowas zurück Als Dienstleistung Du steigst um Wohin denn der John? Egal So Gewinnen wir das hier Äh Turm Turm Mach mal Bauer Bauer König Bauer König König Ähm, ja Bauer Turm 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 Ich sag nichts Ich sag nichts Er ist nur Turm 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 Ja 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 Wie geil du nachfragst So als ob irgendwie Turm so ein schwieriges Wort wäre König Turm Jetzt müssen wir Turm Ja, wenn das nicht gewinnen Aber ist auch nicht König Turm Turm Ah, doch Das ist nicht Äh, kennst du Bauer 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 Und Passant Kennst du das Schlagen Und Passant Bauer Kennst du das Schlagen Wenn ein Bauer vorbeizieht Das Und Passant Schlagen Kennst du nicht Okay, dann sag ich Turm Turm Ja Turm Wenn ich jetzt Ah So Turm Turm König Bauer Bauer Das hat ja ewig gedauert. 84 Züge, meine Güte. Was für eine harte Partie. Aber der hat gut gespielt, muss ich sagen. Wirklich. Ohne dich wäre ich, glaube ich, nicht so weit gekommen. Ich befürchte auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020